Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces Earth. Ja, ähm, wir gehen weiter. Wir hatten ja gerade so einen langen Part über 30 Minuten. Deswegen gehen wir jetzt mal so geschwind weiter. Hm, naja, wir können wieder eine Etage runtergehen. Oh, ganz schön kalt hier eigentlich, ey. Ist das da ein Zettel oder so? Hä, wieso ist das für mich so relevant und für die anderen nicht so? Hm. Okay, man kann nochmal runtergehen. Aha. Hm. Interessant. Okay. Ist hier irgendwas so? Oh, nur ein Schal. Na, nicht. Oh, okay. Uff. So, ähm. Ja. Gehen wir mal hier schnell weiter. Ich hab grad irgendwie nichts zu sagen, oder? Oder doch? Wo wir grad was so einfallen lassen, halt. Oh, mein Gott! Jetzt sieht es so krass aus, irgendwie. Wie geht der weiter, irgendwie, in diesem Modus? So ein vollständiger Bierbel. Das ist ne krasse Auro-Era-Tacke, wie jetzt dann praktisch. Nicht schlecht. Ähm. Was sind so eure Lieblingsgames? Also habt ihr wirklich so ein Game, wo ihr sagt, so, das ist mein absolutes Lieblingsgame? Wird mal gerne wissen, so was so euer Geschmack ungefähr ist. Also mein Lieblingsgame ist ganz klar Final Fantasy IX, weil, geile Story, ähm, geile Charakter, es passt überall, also, das Game ist einfach der Hammer für mich, also, ich weiß nicht, das ist alles so perfekt für mich. Also, Final Fantasy IX, ich vermisse das perfekte Game, weil, äh, die Grafik, das kann sie mir jetzt auch noch immer geben, es ist einfach so schön, so liebevoll alles, so, äh, diese, diese Sprachdialekte, die da so die Leute haben, diese Eigenarten, das merkt man schon, wie die reden, das ist, äh, der Wahnsinn, finde ich. Ähm. Dann habe ich noch ein Game, was ich ganz gerne mag, nämlich, ähm, Donkey Kong Country 2. Ich finde es unglaublich gut. Es sieht so schön aus, es macht mir eigentlich so viel Spaß, es ist so ein tolles Game, tolle Ideen, es macht einfach Spaß, das zu spielen, ey. Und da hängt so viel von meiner Kindheit, wie bei FF9 auch. Und, wow. Wow. Einfach wow. Hm. Keine Klinge. Einen anderen Weg finden. Okay. Sonst musst du so stark überlegen, welche Games du noch so gerne mag, wo wirklich mein Herz und Blut dran hängt. Wie ist das, wo geht's jetzt lang? Ich will eigentlich jetzt hier lang gehen. Okay, da gehen wir einmal sogar hoch. Oh, ich hoffe, das war nicht der richtige Weg. Ich hoffe es nicht. Ah. Mixer aufgeladen, schön. Soll man mal so ganz überlegen, welche Games haben mir jetzt trotzdem so bewegt, halt so viel zocken. Was ich auch ganz gerne mal früher so gespielt habe, war, äh, Tony Hawk, äh, Underground und so, ne? What the fuck is das denn? Profane Schöpfung? What the fuck is das denn? Where are you, Sis? I've had about enough of this. The facility is full of monsters, and we still haven't found your sister. Just how large scale a project is this? The size of this laboratory alone means that we're getting near the Valkonists. How else could a poor country justify such a lavish facility as this? Um, Sophie, they're having an important conversation right now. Please, don't interrupt. But, the monster in that tank. Don't get too close. No, there's something wrong with it. Oh, hmm. I didn't notice it at first, but now that you mention it, there is something odd about it. From here, it almost seems like the creature was grown inside the tank, but is something like that even possible? Could she be researching the creation of artificial monsters? Oh, gross. I wonder if it was brutal, that we wouldn't like to fight. If I'm honest, I'm not going to say that. Absolutely my question. Games have really moved on, so to play more and so on. Of course, Tony Hawk Underground was also something, I would say. Underground 2, Tony Hawk, Pro Skate and so on. Oh, I loved it all. So, yeah, Final Fantasy on SIS, Final Fantasy Szenen were also such a part, so, oh, da weist SIS dick nach. Okay, can we do it? I'll do it here. The monsters in this lab are pretty strange, aren't they? I've heard that Fendal has been investing in biological weaponry. Perhaps this lab is being used to facilitate it. Oh, that's, I think, this monster, that we've seen. So, oh. Oh, the attack is really nice. Oh, with the attack is really nice. Oh, yeah. Aber er hält ganz schön wasser aus, hey. Ja, aber wir haben gut noch eine Kontrolle. Ach, du Scheiße. Das sind auch E-Attacken rumspammen. So, mal wieder ein bisschen aufhalten. Oh, super. Ein paar sind zerstört worden. Oh, wunderschön hier. Ja, ja, das ist ein ordentlicher Kampf gewesen. Ja, das hatten wir jetzt noch mehr Kontrolle in dem Kampf. Der Taki ist so überragend gut von Aspel. Schlüssel für Lift, okay. Weißer Steil, ja, ja, war schon gut. Gute Erfahrung, gute Erfahrung, auf jeden Fall. Fendel, ist das du? Oh, good heavens, ich dachte, dass jemand versucht, meine Arbeit zu holen. Wow, ich kann nicht glauben, dass du diesen Verus und alles gebaut hast. Sie sind großartig, Sis. Es wäre mehr großartig, wenn du ihn so schnell verletzt hast. So, was du hier machst? Wir kommen zu sprechen über Fendel's Valkonis Kreis experiment. Auf Vorberneer? Ich werde dich wissen, dass ich Jahre arbeiten, die Forschung genutzt in diesem Experiment. Ich habe vielleicht benutzt, deine Arbeit als Punkt zu starten, aber was wichtig sind die Ergebnisse. Du kennst das. Es ist okay, ich bin hier nicht gekommen, um Geld zu nehmen. Ich weiß, dass du viel Arbeit gemacht hast. Aber egal, wie smart du bist, Sis, die Forschung ist immer falsch. Und was das bedeutet? Um, es ist... Es wird viel schneller sein, wenn ich dir nur zeigen. Du hast irgendwelche Kriis-Fragmenten, die sich um Kriis-Fragmenten, die sich um Kriis-Fragmenten befinden? Wie, vielleicht eine der Größe von einem Kriis-Fragmenten. Wie ist das? Das ist perfekt. Hier, gib mir das. Hier, gib mir das Kriis-Fragmenten, die sich um Kriis-Fragmenten, die sich um Kriis-Fragmenten befinden, um Kriis-Fragmenten zu haben. Impressiv, ja? Keine Ahnung. Keine Ahnung, dass niemand die Elis-Fragmenten aus der Fire-Kriis-Fragmenten ist. Ja, aber wenn wir das Kriis-Fragmenten ein bisschen... ...chunk-a-chunk-a... Pascal, was machst du? Was machst du? Leute, vielleicht wollen Sie zurückkommen! Was? Was passiert? Siehst du? Das ist das Problem mit Feuer, Kreis. Wenn du zu viel Druck benutzt, wenn du den Eleth ausstattest, beginnt eine Reaktion von der Reaktion. Und wenn du das passiert, beginnt die Eleth ausstattest und dann... Kapow! Du kannst du den Dämmen, wenn du eine Hand gehalten hast, oder so. Aber mit dem Valkonis, das wäre ein totaler Verständnis. Also, das ist der Grund, warum du nie mit deinem Reaktion hast? Ja, ich sehe, wo es geht, also habe ich das ganze Kitten-Kaboodle. Und das ist der Grund, dass wir die Experimenten verhindern müssen, bevor jeder aufsteht. Ich... ich kann das nicht machen. Ja, es ist schwer für dich zu erzählen, oder? Also, wie ist es, du mir zeigen, wo sie sind, und ich mache es. Sie versuchen, mich zu machen? Ich bin was jetzt? Siehst du, wo es ging? Sie haben einfach alles in der Kopf gearbeitet. Sie haben irgendwelche Konzept, wie schwer ich arbeite, um die Forschung zu verabschieden? Sie immer so machen! Sie schütten, was ich mache, dann einfach besser zu machen. Ich sterbe mich selbst, um zu sein. Und dann schütte du mit deinem Freunden und mit deinem Freunden zu sprechen. Und... 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 und du schütte mich einfach wie es nichts ist! Für... Für... Ich weiß nicht, wo es nicht ein Gefahr ist, aber es gibt eine andere Gefahr auf der Weg. Wenn wir nicht jetzt arbeiten, werden wir von ihr Elif verabschieden, wie die anderen Valkonisten. Warte, die anderen Valkonisten? Ja, also müssen wir es zu verhören, egal was. Bitte, Fourier, erzähl uns, wo die Vorbernier ist. Ich weiß nicht, wo es ist, aber der Mann in charge des Experimenten macht. Wer ist das? Fendel's Chief Science Officer, Kurt Bessel. Kurt Bessel? Du kennst ihn, Kapitän? Ja. Aber ich habe nie gedacht, dass wir wieder so wiedersehen. Wo können wir ihn finden? Die Ministry of Science ist in der Kapitän, obwohl ich nicht sagen kann, ob er dort ist. Danke. Das ist ein guter Ort zu beginnen. Wir versuchen, mit Kurt selbst zu sprechen. Mach das, was du möchtest. Es ist nicht wichtig für mich. Woah. Oh, das war jetzt aber sehr hart. Also, ich kann doch schon die Schwester so verstehen, aber Pascal hat auch nichts Böses gemacht oder so. Schon ein bisschen sehr hart von ihr. Findest du's nett? Findest du's nett? Da bin ich mal auf Pascals Seite. Du bist gut. Das ist gut. Wieso kann ich es nicht wissen? Wieso kann ich es nicht wissen? Ich werde weiter im Labor herum forschen. Ja. Ah. Ich mag Pascal so sehen. Ich weiß, was du meinst. Ist es nicht was, was wir tun können, um es zu helfen? Stopp das! Ich kann es nicht, die zwei von euch zu verbrauchen, mehr Zeit zu diskutieren. Wir haben eine Mission, um es zu erreichen. Hubert. Weg ist ja Mensch, ey. Schokobananen. Buch des Glücksfalls. Rasabu verdoppelt die Chance auf das Sammeln bisher nicht erhaltener Objekte. Oh, wie geil. Oh, wie geil sind die Sachen langsam hier. Ähm. Was nehme ich denn da weg? Ja, schau, wer reist dann. Ich will wieder ein Buch haben, ey. Oh, wie geil. Mehr Büßer, ey. Na genau, haben wir hier alles erkundet, ne? Auch wenn Pascal sehr geknickt jetzt hier ist. Oh je. Na, da mal hoch. Kann man einfach auch zur resten Seite, glaube ich, gehen, ne? Und dann draußen, ne? Hm. Hm. Ich wusste nie, dass sie so fühlt sich über mich. All diese Zeit. Ich habe sie verletzt, all diese Zeit. Ich muss zurück und entschuldigen. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Oh, Pascal. Es ist Förier. Her spirit hat sie verletzt, von Jahren von Angst und Selbstverschmutzung. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie nur das Problem verletzt wird. Aber ich... Ich liebe sie, you know? Ich wünsche sie einfach so. Oh, Pascal. Ich bin jetzt. 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 Ich bin jetzt der einzige, der kann das Experiment des Valkonismus verletzt. Förier weiß, dass das ist. Es ist total issues. Es ist total. Auch nicht wenn sie das nicht verkündet. Und wenn der Experiment nicht berühmt, Förier wird es ein Problem effektionen. Und niemand will es dafür. Auch wenn duciendo. Er ist genau. Wir helfen, wird es ge monkeyst auf deine Wart縣se geben und vielleicht sogar ihr Leben geben. Plus, wir... Wir brauchen Sie, Pascal. Wir können das nur so machen. Also, komm, holen Sie sich zusammen und gehen wir. Oh, kleiner Junge. Danke, Leute. Du bist der Beste. Das war alles gut, Hubert. Ich weiß, was sie durchgeht. Und auch, es wäre viel zu kalt, wenn sie nicht umgekehrt wäre. Jetzt, können wir alle reden und gehen für Zavard? Es ist kein Zeitpunkt. Oh, ich liebe das Game. Ich mag die Scheißleute hier alle. Das ist so viel Liebe, das ganze Game. Das ist unglaublich. Es ist einfach Tales of. Tales of ist für mich... Also, wir stecken so viele Sachen in Tales of rein, so viele Gefühle, so viel Arbeit. Ich weiß nicht, da ist das bei Final Fantasy XIII zum Beispiel ein bisschen mehr so... Ich weiß nicht. Zu professionell? Auch irgendwie. Keine Ahnung. Da ist... In meinen Augen weniger Liebe, mehr Profi-Arbeit drin. Das finde ich teilweise schade. Es ist trotzdem ein tolles Game und so, ne? Ich mag es auch, aber... ... diese tollen Momente und so... ... das hat es leider nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt wird es so, dass ich falsch war, das ganze Zeit. Hey, da, kleine Junge. Was habt ihr gedacht? Oh, nichts wert zu diskutieren. Komm schon, Hubert, nicht so sein. Du und Pascal sind jetzt Freunde, oder? Hey, ich habe das nie gehört. Ich weiß nicht. Wir sind in verschiedenen Bereichen. Ich weiß nicht, was unser Vater taught hat dir. Aber mein Vater hat mich niemals zu vertrauen. Das ist nicht wichtig. Du solltest immer genauer was, was der Vater taught hat uns. Er taught uns, um uns zu respektieren. Ich weiß nicht, wie du gegründet hast, als du gegründet hast. Aber du bist immer mein Bruder, Hubert. Wir haben immer noch einige der gleichen Werte. Wie kannst du so sein? Du bist so, wie du so sein kannst. 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 Weil du deine Freunde? Wir sind Freunde. Oh. Asbel, ich habe eine Anfrage. Wenn du nicht interessiert, ich... Ich will, dass du mich kämpfst. Was? Was? Was ist das, Sophie? Es ist das, was ich will. Bitte. Wenn du nur ein trainierst, dann gut. Ja. Wir nennen es Praktik. Aber nichts zurück. Was ist das, Bill? Seit wann kämpfe gegen sie? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ok. Statt! 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 Let's end this! Bam, bam, bam! No mercy! Settle down! Ok, die! Vanish! Burn! Feel my spirit's piercing fangs! Scattering shot! Dragon Ass! Victory is ours! Oh, yeah! Bin is gut! Victory! But man, am I exhausted! You look pretty tired too, Sophie. Yes, but I'm relieved. Now I know if we have to fight Richard, I think it will be okay. Yeah? I realized something while fighting you, Asbel. Realized what? That you really are my friend. I still don't know what you're getting at, but... Ah, ah, ah-choo! Aw man, I'm starting to cool down. I don't want you two to catch cold. I'll get you something hot to drink. Let's go, Sophie. Ok. I didn't feel the urge to erase Asbel while fighting him. That means I can do the same when fighting Richard. Because he's also my friend. Wow. Really epic, ey. With this epic end, ey. See you next time. Wow. Your Nao Amagi.